1, 2, 3, 4... Er könnte fast eine Leitlanze machen hier. Ja, toll. Mit ECM, die ist super, nur was von hinten knacken. Ein Ziel raussuchen, auf die Flanke gehen, äußerst an der Flanke nehmen, Beinchen abschießen, dann abhauen. Und ECM nicht verlassen, ganz, ganz wichtig. Sonst seid ihr Matsch. Was macht denn der Hase da unten, will der nicht mit uns? Ja, deployts, sonst hätte ich ihn schon eingeladen. Epona, ich bin jetzt dein Freund, solange du ECM hast. In der zweiten Wave nehme ich den, dem Sniper mit. Bei der Elfer-Lanzer aus in der zweiten Wave, hat da jemand ECM, oder soll ich mit dem 3FB kommen? Gut, gut, ich bin ein Stalker. Ich glaube, ich muss den, ähm, ein ER-Large-Laser ausbauen, bei meinem Sniper. 6 ER-Large-Laser, ein bisschen viel für den Stalker. Könnte sein. Obwohl, es geht ja im Battlemaster auch. Der hat nur 5. Aber man hat auch 6. Aber man hat auch 6. Man hat auch 6. Man hat auch 6. Ach nee, das stimmt, das war der andere. Ja. Aber was ich gerade noch sagen wollte, ähm, wenn man, äh, das Radar-Depalation-Folde durchskillt, dann kann man sich das eigentlich fast mit dem ECM sparen, dann geht das auch so. Wenn du aber getagged bist, äh, genackt bist, hilft dir dann mit der Radar-Depalation-Folde Das kannst du vergessen, ja. Und da brauchst du ECM dringendst. Habt ihr jemanden im Kreis, oder habt ihr nur Feuer kassiert? Es ist noch einer im Kreis. Okay. Und ich hab meinen Javelin durchgetauscht, anscheinend. Ich hab nicht meinen Sniper dabei. Ich hab Streaks dabei, also ich kann Lights jagen. Das ist schön. Gibt einen. Vielleicht kommt der ja durch Zufall zu mir. Da steht der Lights. Aufpassen, da ist auf jeden Fall auch Brawler bei. Der Fall ist schon ziemlich dur. Das ist ein Brawler. Schutten was können auch der Flanke Eko steht sehr sehr tief Sniper wir haben einen Lack aber dabei aber keine LLM ich sehr schlau was nicht ankündigt hier bei Juliet 8 ist noch ein Hellbringer ja, habe ich gemerkt ein ein auch bis ein 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 Affirmative. Wolf, 8, Sniper, Hebringer. Ugh. Ich habe mir lange darüber zu latschen. Ich habe mich mit den grünen. Heit Level critical. Target spotted! Heit Level critical. Override, Shutdown Target spotted Target acquired Alpha Oh Alpha In unserem Rücken, Juliet 9 Ist aber schon Einschultrig Eh Target spotted Target acquired Warning incoming missile Warning incoming missile Warning incoming missile Target spotted Delta is center open Warhawk Foxodd auch New target acquired Target spotted Target spotted Tauen Sie sich weiter nach rechts 2 Souls Richtung Grottel 8 3 Wir haben relativ weit nach links verschoben Kilo so Target spotted Wir stellen uns mal in Auffang Position Schellen uns mal in Auffang Position Target spotted Override, Shutdown Haa Delta kommt und zack Target spotted Acquired Target spotted Target spotted Target acquired Target spotted Target spotted Etta ist komplett offen, nach den Süd Der Stalker ist so heiß Ich glaub das war Delta Nee, Foxrodt ist nur down Ich hab den Tag nicht er... äh, der hatte... ich hab mal einfach drauf losgeschossen Ich hatte den nicht in der Beziele abgeschossen Wir Wo? Ja, ganz rett Ah, der kommt hier mal über Juliet 80 Danke Herr Mücke Bitte New Target acquired Right torso critical damage Right arm critical damage AMS destroyed Dicke Flanker, Juliet 9, Bravo Red Cat, Bravo Oh, da ist ein Direwolf hier, Juliet Hotel 8 Oh, da ist eine Menge Dacca Das ist eine Menge Dacca Heldbringer oder sowas New Target acquired DELTA 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 So, ich glaub ich wär gleich im Kreis gepusht ist ja schön wenn die alle ihre deckung verlassen ich kann nicht mehr lange hier vorne halten aber die nächsten stehen halt auf 800m entfernung und drücken nicht weiter vor deswegen kannst du auch kein deckungsfeuer richtig kriegen sind eigentlich alle ziemlich angeschlagen auf der gegnerseite jetzt haben wir doch mal LAMs ja, Stalk of a win naja, die sehen noch ganz frisch aus frisch aus ach shit oh, jetzt sammeln wir uns hier an einem Punkt rechts haben wir einmal Charlie Charlie hier holen sich die LAMs also Julia ist sehr frisch wir pushen auch komm, steht im Auto in die Räte und im Center da raus schön es wäre echt schön es wäre echt schön wenn nicht dauernd geploppt wird auf meinen Weg zurück in die Deckung genockt sehe ich gerade ja, aber du bist bei mir jetzt im ECM drin darf ich nicht mehr nur sich nacken lassen Markus weg probier euch mal ein bisschen breiter zu machen, Jungs aber dein ECM ist immer noch aus, ne? Sniper das heißt, dein Nack ist noch drauf du bist nur in meinem ECM dann wird's von mir auch nicht mehr angezeugt, okay? ja wir müssen jetzt schon wieder rein komm, da ist nicht mehr viel übrig wir müssen jetzt drauf Jungs, du bist ein Tor Hacke Target spotted New Target acquired Links an der Seite, Martha, komplett offen, ignoriert ihn nicht Archie, links neben dir wir haben den Kopf geschossen, der Penner Target spotted Target destroyed Airstrike online müssen wir eigentlich weiter vorrücken, um noch drückzumachen, weil jetzt haben wir eigentlich 4-5 weggemacht und die sind nicht so schnell wieder da ja, du musst den Rest mit abrollen ja, du musst den Rest mit abrollen ja, 3 ist doch super 3 ist doch super rüberrollen rüberrollen jetzt ist das Momentum auf unserer Seite jetzt ist das Momentum auf unserer Seite schon klar die 50 halt aber die Wege sind lang, bis die wieder auf... äh ja, wenn ich der Einzige bin, funktioniert das halt nice also naja, ich bin jetzt auch gerade ziemlich unter Feuer gerade einmal aus dem Strike raus Reinforce das schon ja, wir auch ja, aber aber wir sind ja eigentlich hoffentlich schneller, weil wir ja gesagt haben nochmal können wir sie rausdrücken? ja, natürlich wir müssen sie drücken warning incoming missile komm 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 oder? du drückst da nix mehr ja, ich drück überhaupt nix ja, dann kann ich mich zurückziehen stehen doch da schon alle wieder also 8 mags stehen da schon bei Helmring an der Batcat ja, dann ist es rum dann ist es rum ja, bei eh auch schon wieder achte euch breit und kommt von Winkeln, wo du es nicht erwarten dass du nicht gleich Gegenvolle kriegst online warning incoming missile das ist der dritte Strike den die auf mich werfen warning incoming missile warning incoming missile warning incoming missile warning incoming missile air strike online warning incoming missile Polizei hey irgendwo ist ein Spot da ja irgendwo rechte Flanke habe ich ja, rechte Flanke irgendwo rechte Flanke? ok von Sun Lärms äh Global 9 in die Richtung, oder? Das könnte auch Sierra sein, Sierra und Papa haben wir hier Drücken rechte Flanke, Papa Papa Aber in Indy-Alt habe ich einen Hellbringer Meine Schultern, mehr auswiegen, kann ich Oh Oh, die drücken über Hotel 8 Da waren sie Sehr viele Auf Querweg, der Medcat New Target, Acquired Oh 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 Kreis. Airstrike online. Reaktor online. Sensors online. Weapons online. All systems nominal. Override engaged. Ja gut, dann halte ich eben den... den Arsch hin. Nochmal knappe weg. Target spotted. Target destroyed. We are halfway to defeat. Airstrike online. Target acquired. Fuel at 25%. Whiskey-Wiskey kann ich ignorieren, dass er entwaffnet. New target acquired. All surface troops. Enemy forces are moments from victory. Waring incoming missile. X-Ray. Target spotted. Target destroyed. New target acquired. Airstrike online. Yankee. Target spotted. Yankee Hellbringer. Airstrike activated. Victor. Target destroyed. Nur noch ein Light, der sich so allmählich so Richtung Ziel bewegen kann. New target acquired. Target acquired. Target acquired. Target destroyed. Target acquired. New target acquired. I have a Light neben Archie. Can you... Do you come in the circle? Ah, yes. I can also go in the middle, but I'm a Battle Master. Airstrike. 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 Hard попад. Unleit. Airstrike. 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 Anstrengest. Target acquired. Target acquired. New target acquired. Target acquired. We are in the middle here. And we can get to the middle. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Licker Flanker, Medium, Echo Echo Licker Flanker, Medium, Echo Echo loader 7, Oct 8 Pusht User joint your channel User left your channel Damage Heat sink destroyed New target acquired New Target Acquired Pushen rechte Flanke, mit Leitz New Target Acquired Left torso destroyed Center torso critical damage Left arm destroyed Im letzten In the idea, rechte Flanke Handspack Oh, ich hab Mobilpiss Artillery Strike online, Reaktor online, Sensors online, Weapons online, All Systems nominal, Override engaged Er hat noch alles in Leit im letzten Er ist in 10 Sekunden Da muss er aber schon sehr schnell lauten Oh, ok Ja, das bleibt Das bleibt Mitternacht Jo, macht's Was? 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 No,错 By